Zum Nächsten Zum Nächsten, was? FLOG Die Long-Position Leute, macht euch keinen Stress, ich bin jetzt Trader geworden Ich beurteile den Markt nicht nach Wahrscheinlichkeiten oder nach irgendwelchen Gegebenheiten Sondern ich denke mir einfach nur so 20er Hebel Damit haben auch die größten Trader die besten Erfolge hergefahren, habe ich gehört Die besten Erfolge Danke für deinen Beitrag Das ist mein Laden, dieses Video gehört mir Die ganze Häuser war hier Das war ein Spaß, ich bin leid, du kannst mir Geld leihen? Guck mal, wie wär's, wenn du dich einfach einmal normal präsentierst auf dem Channel? Hi, ich bin Sebastian, ich bin 29, das ist mein Hund Und ich hab damals die Beatles-Hundleutel-Ritter ausgebildet Boah, ich liebe es, wenn junge Leute rummachen Wisst ihr Leute, manchmal ist man einfach nur froh Ich hab übrigens heute Geburtstag, ne ihr Wächter, Alter? Du mein Shit! Ich weiß nicht, ob ich mir mehr Sorgen mache, ich muss eine Freundin über Sandra, ehrlich jetzt Die Frage ist, wir wollen es männlich, Sandy ist weiblich Ja und? Was ist da an der Frage? Stimmt! Ich liebe Nikotin! Liebe Leute, macht euch gar keinen Stress, weil Sandy ist alles lieb und entspannt Wir befinden uns hier in einem Gaumenschmaus-mäßigen, schmausigen Gaumenschmaus In einem augenschmausigen, schmausigen Gaumenschmaus Guckt ihr mal diesen Feuerzeug an Hubero-Wix Elutron-Saxe Nehmt euch auf jeden Fall ein Beispiel, die den Donnerstagabend sehr sehr effizient ausführen Was? Ist es Donnerstag? Fick mich, was? Can you show me the way to the atmosphere? Excuse me sir, this shit is scripted Excuse me sir Alexa, bist du grad am kacken? Alexa, grad ein bisschen mad, weil sie halt einen miesen Durchfall hat Wir gehen Skifahren und zwar nächste Woche mit dem kompletten Chaoten-Trupp Hallo? Löscht meine Nummer Ist doch alles gelöscht, Digga, ich sehe gar nichts mehr Lange wurde nicht mehr auf diesem Channel so viel gescripted Ich bin immer noch so besoffen Es ist das Finanzmeeting Wir unterhalten uns gerade darüber, wie viel ich im Monat für meinen Parkplatz zahlen muss Leben wir Erzähl uns vor dieser Abo-Rugix-Moment, weißt du was ich meine? Lass mich, Keller Wir sitzen grad nix so bei mir im Office im Meetingraum und machen so ein sehr riesen Finanzmeeting Ladies and Gentlemen, ihr solltet folgendes machen, ja? 2,5% draufgeschissen, ja? Einfach mal die Kurbel ankurbeln, ja? Macht euch doch einfach gar keinen Stress Finanzen Verstanzen Ich bin zufrieden Nick ist nicht zufrieden Lasst uns die Firma gegen die Wand fahren Hey Leute, ich danke euch für eure Zeit, ihr hast mich gehört noch An jedem Abend ist der, der hier wirklich die meisten Weiber klärt, Pepe Ja, aber was soll ich denn machen? Du nutzt dein junges Gesicht aus, das ist wie bei diesem einen Porno-Darsteller, der so aussieht wie ein Kind Gibt es den überhaupt? Du hast nicht zu viel versprochen Egal, Alter, ich koste dir in die Fresse Ich will noch kurz ne Ansage an Trimix machen, dass sie ihn unboxen Trimix, du Pester, pass auf Geh weg, geh weg Du willst jetzt nicht weg von dir gehen? Nö Teures und extravagantes Ski-Outfit, aber nicht Skifahren können? Lieben wir Im nächsten FL&G werden wir alle gemeinsam Skifahren gehen Es ist kein geringerer dabei als Kann man den BH-Code zeigen? Sanderson ist mit von der Partie Leider ist auch der Typ mit von der Partie Alexa ist mit von der Partie Und natürlich unser guter alter Ronis Sand Finanzen Viele suchen vielleicht von euch eine Möglichkeit, einen Job oder sowas, wo sie im Leben wirklich aufsteigen können Karriere machen können, Antennen auf ihrem Kopf verbauen können Die G in GmbH, ja Hier suchen wir regelmäßig Stellen für Leute, die Bock haben sich zu entfalten Falls ihr was in eurem Leben ändern wollt, dann bewerbt euch bitte auf gar keinen Fall in unserer Firma liebe Leute In diesem Sinne, wenn euch diese FL&G nicht gefallen hat, dann scheppert den Daumen jetzt im linken oberen Ohrschluss durch Falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann macht ihr wirklich alles richtig in eurem Leben In diesem Sinne SuperShit